Komm mal auf. Lass mal Pause. Wir machen gleich Feierabend. 3 Uhr schon. Wie gehen die Bäume aus? Ey, seid zu schnell. Scheiße. Nächste Montagsenglänger muss ja auch noch drin sein. Wir haben früher meine Sahara gesehen. Das für einen Beamten, ne? Der nur am Scheißen sitzt. Komm mal hart. Ich erzähl die auch keinem. Wir haben früher eine Sahara gesehen. Achtet drauf, was sie sagt. Das Video nimmt auch Ton auf. Oh. Oh. Keine unüberlegten Aussagen. Könnte negativ ausgelegt werden. Nostravie, tovary. Kannst ruhig mit Ton aufnehmen. Du bist eh durchgefallen. Huh. Scheiße. Guck mal. Ja, nochmal. Lassen wir immer so 2-3 Mal durchfahren. So für den Schnitt. Weißt du, weil das sieht immer so blöd aus. Wir können doch schlecht den Schnitt kaputt machen jetzt. Das sieht immer so blöd aus, wenn alle durchkommen. Wir haben gerade ein schönes Foto von unserem Baum und der McCulloch gemacht. Die könnt ihr euch dann hinterm Schrank hängen. Ich denke mal, wenn ihr das irgendwo bei Facebook dann postet, kaufen alle nur noch McCulloch. Die ist nächstes Jahr pleite. Die nehmen die unter Vertrag da, die Firma. Ich wollt wetten. Nächst Jahr steht irgendwo mal eine Zeigung so, McCulloch kauft Stiel. Nach Kettensägenlehrgang, alles neu definiert. Und ich wundert ja, das sind noch nicht. Aber wahrscheinlich die ganzen Baumarkt, die kommen wahrscheinlich schon wieder aus China. China ist alles China-Ware. Da steht ja mit in den USA drauf. Also ich muss dann nochmal...